Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Icewind Dale. Ja, in der letzten Aufnahmesession haben wir die dritte Ebene endlich erreicht, nachdem die zweite etwas hart und haarig war. Und haben jetzt wieder Spaß mit Unton. Dein Befehl? Ist hier was Böses? Nein, bis jetzt nichts Böses. Was ist los? Wir haben uns gerade versucht unsichtbar zu machen, um voraus zu scouten. Ich tue es. Gesprengtes Skelett, kalter Gruftschrecken und jede Menge Bodenschützen. Ja? Kommt her, wenn ihr euch traut! In Ordnung. Okay, wie viel Schaden hast du? Ja, 22 Schaden. Au. Ist etwas nicht in Ordnung? Ich höre... Ich höre... Ich höre... Ich höre... Sag, passt weiter! Okay, dann fahren wir mal hier die Skelett-Schütze. Das ist eine Schande, dass wir gewaltig werden müssen. Auf in den Sieg! Okay, Feuerpfeile sind gut. Was hast du hier oben noch gehabt? Okay. Ah, nichts mehr. Okay. Feuerpfeile, Pfeile plus 1, Kugeln plus 2 sogar. Woran hast du mich hört? Mit Vergnügen. Nicht schlecht. Du kannst mal... Du kannst mal... 160... 160... Ne? Okay, 159. So ist besser. Mal auf ihn abgeben. So. Schattenverstecken ist gelungen. Dann gucken wir mal hier unten weiter. Ja, hier gibt es dann auch eher Fallen. Stimmt. Und tut nur, Leutnant, ich bin beeindruckt. Ihr habt es geschafft, meine erste Legion zu passieren. Ich habe mir ihre Mutter gebraucht, um diese Truppen zu sammeln. Tut mir leid, das ist halt wohl dumm gelaufen für euch. Und schluffene Spießgesellen jagen mir keine Angst ein. Gelegt euch besser eine ganze Menge mehr Legion zu, wenn ihr mich wirklich kalt machen wollt. Jetzt, wer auch immer ihr seid, eure Pläne zur Umbruch der Welt sind mir völlig egal, aber ihr und eure Koorden frieren die verdammten Pässe ein. Das betrifft mich, also muss ich euch den Kopf einschlagen. Nicht böse gemeint, Freunde. Ich habe euch nichts mehr zu sagen. Nehmen wir das Erste. Ihr werdet eure Möglichkeit büßen, Wurm. Der alte Feind wird dafür leiden, dass er euch hier geschickt hat. Warum habt ihr und Lysanne die Pässe eingefroren? Lysanne, diese Nerien, wenn sie die Wahrheit gekannt hätte, hätte sie sich nie mit uns verbündet. Es ist nicht unsere Absicht, das Tal einzufrieren. Unsere Absicht ist ihm wieder, seine richtige Form zu geben. Voll von Lehm, Wärme und schwarzem, schwarzem Blut, das für meine Göttin fließt. Okay, ne, die Wahnsinn. Ich denke, wir haben genug gehört, Lebo. Richtige Vorwurf, wovon redet ihr? Wo langer Zeit, bevor euer Volk in dieser Welt lebte, war dies ein Dampf in der Dschungel, in dem Schlangen und andere giftige Kreaturen lebten. Wir wollen in diese Zeit zurückkehren, zu Ehren Talonas und ihrer Verbündeten. Und nun, glaube ich, habe ich euch für heute genug gelehrt. Ich habe noch zu tun, lebt wohl. Okay, hi. Wie kann ich helfen, vorwärts? Oh, mehr Hai. Bereits in Ordnung. Kann ich helfen? Ich werde mein Bestes geben. Warum handelt es sich? Dein Befehl? Wird erledigt. Vorwärts zum Sieg! Okay, wenn sie nur wegrennen, sind sie leicht. Das ist der Vorteil, wenn man eine Klerikerin dabei hat. Oh, und Hagrim hat eine Stufe gewonnen. Brauchst du mich? Oh, das ist immer schön. Wie kann ich helfen? Ich mache so schmerzlos wie mit. Euer Hände ist nah! Warum handelt es in Ordnung? Dein Befehl? Vorwärts! Gut. Hängt nicht so viel an deiner Drogen. Du heilst zwar sehr ordentlich, du heilst dich selber. Ist etwas nicht in Ordnung? Heilen sie noch mehr. Gut. Du kriegst ein Level ab. Riss, äh, Rettungswürfe reduziert. ETW reduziert und... Du hast jetzt über 100 Lebensmitte. Das macht auch die hohe Konstitution aus. Also, ich glaube schon mal, dass es da weitergeht. Wie kann ich elf vorwärts? Wuchen, wenn es sein muss. Dein Biff vorwärts! Okay. Ich höre, wenn es sein muss. Bist du wieder ein gespräcktes? Ja. 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 In Ordnung. Sterb! Was? Sag, was du weiter? Was ist los? Ist das alles? Also ja, gucken wir mal, was in der Richtung ist. Noch mehr Fallen. Schon wieder, ich bin es langsam leucht, euch stückchenweise mit Knochen, um Fleisch zu füttern. Stück für Stück, Läschling. Wenn ich euch auf diese Weise zerlegen muss, dann soll es so sein. Ich bin es leid, in diesem Gottverdamm verlassenen Tal festzusetzen. Ich würde sagen, wir sind quitt. Ihr werdet für eure Taten büßen, das schwöre ich. Ich habe euch nichts mehr zu sagen. Lebt wohl. Nehmen wir mal die zwei. Oh, er ist pisst. Ich will hier doch was rumlaufen. Gucken wir mal, wie stark diese Kohorte diesmal ist. Das ist auch nicht gerade ungefährlich. Hört aber auch nach da oben. So. Wie kann ich... Sofort! Woran hast du gedacht? Mit Vergnügen. Ihr kommt mir ein wenig zu nahe. Lasst euch wahren. Kehrt um. Die kalten Gruppschränken sind nichts im Vergleich zu meinem persönlichen Wächter-Trupp. Klingelassen, als hättet ihr Angst, mein Lieber. Jammer, jammer. Ich habe keine Angst vor euch, Todbeschwöre. Gebt euer Bestes. Wir werden sehen, wer siegen wird. Kann ich helfen? Spür meine Sterne, eine Klinge! Ja. Brauchst du mich? Bitte, Levi. Vorne! Du bist du vor! Brauchst du mich? Oh! Ja. Sag, was du von. Wie kann ich helfen? Dein Befehl? Okay, du siehst langsam tief und frisch aus. Wie lautet deine Aufgabe? Ähm... Ja, ich fürchte, mich hat es erwischt. Kann ich helfen? Ähm... Das war vielleicht ein bisschen... Autsch? Ich brauche alten Heiler. Das war sehr viel Autsch. Okay. Äh, das war der falsche Quicksave. Das hat natürlich die da oben laden. Was ist das alles? Okay. Und das heißt, wir sind jetzt erstmal richtig nett. Ach, miss, stinkende Wolke funktioniert nicht gegen die. Hehehehe. Dein Befehl? Sterb. Ist etwas nicht in Ordnung? Ich werde mich darum kümmern. Was ist los? Du musst dich töten. Bereit zu noch? Wird erledigt. Ja? Ihr zwei könnt auch ruhig mit helfen. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Wir werfen beim wagenisches Geschoss auf Peter. Wir wissen gleich noch eins. Ich höre. Kann ich helfen? Ich werde dich töten. Sag, was du von mir willst. Brauchst du mich? So schnell ich kann. Ja, aber nicht. Wie kann ich helfen? Ich werde dich töten. Ich werde dich töten. Sofort. Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Wie lautet deine Aufgabe? So, nutzen wir mal die Gelegenheit, die letzten... ...Heizstoffe zu brauchen. Was? Wenn es sein muss? Dein Befehl? Ich spüre meine Sterne an der Klinge! Und das Autote Vertreiben lässt langsam nach. Ich schlag dich in den Specke! Mach so schmerzlos wie möglich. Woran, wenn es dein Wunsch ist? Kann ich helfen? So, haben wir noch einen? Wir haben noch einen. Sag, was du von mir willst! Gut. Ich höre, wenn es dein Wunsch ist. Also wir wissen, hier unten gibt's... Ich höre, wenn es dein Wunsch ist.